Diese Eisenbahnanlage nehme ich erstmal auf, das sind hier die Trafos und ich werde nachher auch im Einzelnen oder auch vorher, je nachdem wie ich das zurechtschneide, die Lokomotiven, Anhänger und so weiter vorstellen. Aber im Moment habe ich das alles so schön am Laufen hier und aus dem Grunde nehme ich das erstmal auf, bevor da wieder irgendwas entgleist, dann muss man da rumfummeln und machen und tun und so sieht man hier mal in der Übersicht, oder in der Weitsicht, wie groß die Anlage eigentlich ist. So, so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, da ist schon passiert. So, Schaden repariert, die laufen weiter, aber hier hinten, da sehe ich schon, da streckt mal wieder einer, oder eine, oder ich mal angucken. Ich habe so den Verdacht, dass diese Anhänger eigentlich zu lang sind, für diese relativ kleinen Kurven oder Ovale. Und da passiert es schnell, dass dann mal das eine oder andere Gefährt entgleist. So, so, so. So, so, so. 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 So. So, so. So, die laufen hier noch ganz gemütlich. So. So, so. Das ist gut, dass es nur Modelle Eisenbahnen sind. Das ist ein Anhänger umgekippt, ein Anhänger, der nächste ist draufgefahren. So schnell konnte ich das gar nicht abhalten. Das muss ich aber jetzt unbedingt machen, sonst gehen die Räder immer weiter durch. Und das Fahrrad wieder reparieren.